Puh, schönes erstes Brett hier von Niko. Der hat in Malmö ja jetzt nicht unbedingt Performance-Probleme, aber er hat halt nicht so krass gespielt wie normalerweise. Also selbst wenn er nicht krass spielt, ist er immer noch super gut. Aber hier der Einstieg von Niko schon wieder. Alles klärchen, damit ist die Piss-Round auch schon wieder vorbei. Und Niko holt's noch eine hinterher Runde. Geht an Mousesports. Frack Nummer 4 für Niko in dieser Piss-Round. Yo! Okay. Ich werde nie wieder was sagen gegen Niko. Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Es war ja wirklich so, dass er jetzt in Malmö zwar schon halt gut gespielt hat, aber nicht so krass wie wir es ja normalerweise von ihm.